Wenn ich in einem digitalen Raum mit einer Gruppe mit Post-its oder Karteikarten arbeiten möchte, stehen mir unterschiedliche Whiteboard-Tools zur Verfügung, die aber auch einen ganz unterschiedlichen Funktionsumfang und auch eine unterschiedliche Schwelle der Teilnahme anbieten. Mit Flinga möchte ich einen Dienst aus Finnland vorstellen, mit dem es schnell, einfach und ganz unkompliziert möglich ist, in Gruppen an solchen Whiteboards zu arbeiten. Auf der Website flinger.fi können wir uns über diesen Dienst informieren. Flinga ist in der kostenlosen Variante werbefrei nutzbar. Bis zu fünf Boards können parallel verwendet werden. Wer mehr braucht, muss zu einer Bezahlvariante greifen. Und es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, das Flinga Whiteboard und auch die Flinga Wall. Schauen wir uns einfach beide mal an. Ich klicke auf Create a Session by Flinga Whiteboard, gebe als Namen die Sammlung an und bin jetzt auch schon direkt in meinem Whiteboard drin. Und die Inhalte können ganz einfach hier oben erstellt werden, indem ich in das Message-Feld reinklicke, meinen Text schreibe und auf Send klicke. Nebendran habe ich auch die Möglichkeit, verschiedene Formen auszuwählen. Neben dem Quadrat steht auch noch ein Kreis, also Circle, eine Person zur Verfügung oder auch ein Text. Und genauso gut kann ich dann eben auch noch die Farbe dieser Form entsprechend verändern. Wie in anderen Whiteboard Tools auch, kann ich mich jetzt mit gedrückt gehaltener Maustaste hier drin bewegen und wenn ich am Mausrad drehe oder hier die Zoom-Funktion am äußeren Rand nutze, rein- oder rauszoomen. Das Spannende ist jetzt ja, wie kann ich Flinga das Board freigeben, damit auch andere drin arbeiten können und welche Möglichkeiten habe ich hier für die rechte Einstellung. Das regle ich alles hier oben unter diesen drei Balken. Wenn ich hier draufklicke, erscheint mir auch hier direkt der Freigabe-Link. Ich kann auch nochmal einen Access-Code extra nochmal vergeben und vor allem, ich kann hier die Session-Rules festlegen. Das heißt, die Rechte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Board. Das bedeutet, was können diese konkret ändern? Ist es möglich, dass ich auch die Formen, die Einträge von anderen ändere und lösche oder kann ich nur meine eigenen Inhalte ändern und löschen oder gar keine? Ich stelle jetzt als Regel einfach mal ein, dass meine Gäste nur ihre eigenen Inhalte verändern können, kopiere jetzt einmal den Link in die Zwischenablage und diesen kann ich jetzt per Mail oder wie auch immer an meine Gäste dann auch weitergeben. Um dies zu demonstrieren, springe ich mal wieder in einen privaten Browser im Inkognito-Modus über. Damit simuliere ich einfach einen nicht eingeloggten Zugriff auf dieses Board, kopiere jetzt die URL in das Feld und befinde mich jetzt hier schon direkt in diesem Whiteboard, in dem ich mich jetzt auch ganz normal bewegen kann, scrollen kann und auch Inhalte erstellen kann. Wie ich vorhin die Richter eingestellt habe, ist es mir jetzt nur möglich, meine eigenen Inhalte zu verändern und auch zu verschieben. Wenn ich die Inhalte von anderen verschieben möchte, dann bewegen die sich zwar erstmal, sobald ich die Maustaste aber loslasse, springen die direkt wieder zurück an ihren ursprünglichen Ort und das Ganze ist auch live für alle anderen auch sichtbar und ersichtlich. Gehen wir nochmal zurück in das eigentliche Flinger-Board, zurück auf die Startseite, denn wir wollen uns ja auch nochmal die Flinger-Wall anschauen und die Unterschiede zum Whiteboard. Die Oberfläche ist erstmal relativ ähnlich. Ich habe hier auch wieder das Message-Feld hier oben drüber. Ich kann aber auch jetzt nur die Farben auswählen und keine Formen mehr. Das heißt, die Form ist festgelegt auf das Quadrat und je nachdem wie ich die Inhalte jetzt reinschreibe, werden diese von links nach rechts, von oben nach unten einfach sortiert und können nicht mehr verschoben oder gruppiert werden. Dafür können aber einzelne Inhalte auch geliked werden. Das heißt, wenn ich draufklicke, habe ich hier so ein kleines Herzchen. Das heißt, da kann ich bei einer Themensammlung zum Beispiel Zustimmung signalisieren und hier oben ist es mir möglich, die Reihenfolge der Anzeige zu verändern. Also entweder die ältesten am Anfang, die neuesten am Anfang oder die mit den meisten Likes, um auch so eine Priorisierung mir automatisiert herausarbeiten zu lassen. Wie gesagt, Flinger bietet erstmal wesentlich weniger Funktionen als jetzt Kollaborations-Tools wie Conceptboard oder Miro oder andere Tools. Dafür ist aber der Zugang wesentlich einfacher, intuitiver und niederschwelliger auch für die Zielgruppe. Und wer jetzt eben nur an solchen Posts arbeiten möchte, weil das eben in das entsprechende Arbeitssetting passt, ist hier auf jeden Fall auf einer sehr, sehr guten Seite. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Interesse wecken und wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.